Im heutigen Video unserer Anti-Panik-Reihe geht es um Medizinisches, aber auch als Nicht-Philosoph werde ich mich heute auch an ein paar philosophische Gedanken heranwagen. Die uns umgebende Wirklichkeit ist sehr komplex. Und die auf wissenschaftlicher Grundlage erhobenen Daten stehen bei allem Bemühen um Objektivität in einer Abhängigkeit zu den Rahmenbedingungen, den Methoden und den Instrumenten, die ihre Erhebung erst ermöglichen. Die gewonnenen Daten gilt es dann einzuordnen, zu interpretieren, in einen Zusammenhang zu setzen, schließlich zu einem plausiblen Modell auszuformen. Da die Welt, egal wie gut wir messen und modellieren, niemals in Gänze eingefangen werden kann, sind es stets Modelle, mit denen wir arbeiten. Doch welches Modell kommt der Wahrheit am nächsten? Unabhängig von der aktuellen Situation gilt es festzuhalten, dass Menschen ihre Entscheidungen nicht ausschließlich nach objektiven Kriterien treffen. Vielmehr tun sie dies auf Grundlage einer, sagen wir, begrenzten Rationalität. Marge und Simon, zwei Wissenschaftler in diesem Bereich, prägten hierfür den Namen der Bounded Rationality. Unsere Vorlieben, unsere Vorurteile, unsere emotionalen Bewertungen und Befindlichkeiten beeinflussen die Entscheidungsfindung, in sehr hohem Maße sogar. Menschen vermögen es rational abzuwägen. Durch jeder dann folgenden Entscheidung wohnt ein emotionaler Moment inne, der nicht zuletzt dafür sorgt, dass das Beschlossene mit unserem Selbst- und Weltbild auch kompatibel ist. Genau aus diesem Grund sind wir alle gerade in dieser krisenhaften Zuspitzung unserer Lebensverhältnisse aufgerufen, uns immer wieder klarzumachen, wie wir zu den Informationen gelangt sind und wie gut unsere daraus erwachsene Meinung tatsächlich begründet ist. Das gilt übrigens für alle relevanten Themen. Und ja, auch und gerade in einer Zeit vorherrschender Kriegs-, Not- und Katastrophenrhetorik. Gerade da sollten wir das kritische Denken und Hinterfragen nicht in Quarantäne setzen. Ja, diese Krise hat es in sich. Und Sie können davon ausgehen, dass ich bei dem Versuch, die Fülle der vielfach inkohärenten Informationen und Daten zu ordnen und zu einem klugen Resümee zu bündeln, ganz sicher auch an meine Grenze stoßen werde. Doch tasten wir uns ganz vorsichtig heran. In der aktuellen Krise zeigte sich schon sehr früh eine sehr unzureichende Datenqualität, aufgrund derer von der Politik sehr weitreichende Entscheidungen getroffen wurden. Zu groß war die Wirkmächtigkeit der Bilder aus Wuhan oder Italien. Und tatsächlich zeigten sie eine besondere und bisher nicht gekannte Situation. Ganze Kliniken wurden mit einer gewaltigen Zahl von Patienten konfrontiert, welche – und das war das Einmalige – alle dieselbe Diagnose aufwiesen. Die Kameras der Journalisten fungierten als Brenngläser, die dazu führten, dass ein extremer Handlungsdruck auf Seiten der Politik entstand und natürlich auch eine Handlungserwartung auf Seiten der Bevölkerung. Die Datenlage war insgesamt sehr bescheiden, doch die Bilder bedrohlich und am Ende die Konsequenzen der getroffenen Entscheidungen gewaltig. In dieser Krise ist vieles anders. So finden sich neben den Akteuren aus Politik und Medien auch Wissenschaftler in besonderer Ausprägung Virologen in bisher nicht gekannter Form medial repräsentiert. Doch kamen bei den Empfehlungen aus der Wissenschaft auch wirklich unterschiedliche Disziplinen zu Wort, um dieses komplexe Geschehen auch möglichst umfassend abzubilden? Erfüllten und erfüllen die Medien ihren Auftrag, uns breit differenziert und ausgewogen zu informieren? Oder führen Selektion, Schwerpunktsetzung und Emotionalisierung bei der Darbietung der Informationen eventuell zu einer Verzerrung? Fungieren die Medien als Kontrollinstanz oder sind sie eher Resonanzboden für die Botschaften der Politik? Die Flut an oft emotional aufgeladenen Bildern, die Erklärungen, die von höchsten Autoritäten ihres Faches täglich vorgetragen werden, wollen bei genauer und kritischer Betrachtung einfach keine schlüssige Gestalt ergeben. Immer noch nicht. Einerseits divergierende Meinungen von Experten, die die gegebenen Daten unterschiedlich interpretieren. Andererseits verstörende und bedrohliche Bilder, die von Tod und Leid zeugen und uns täglich vor Augen führen, dass wir eventuell die Nächsten sein könnten. Zahlen bilden dabei Krankheit und Tod objektiv und nüchtern ab. Vorsicht! Eine Zahl allein hilft nur sehr bedingt. Der menschliche Denkapparat agiert nicht mit absoluten Kategorien. Unser Gehirn agiert stets vergleichend. Erst eine gegebene Bezugsgröße ermöglicht eine Einordnung. Unser aller Blick ist seit Wochen auf zwei Zahlenwerte fixiert. Die Zahl der gemeldeten Infizierten und die erfassten Todesfälle. Die Implikationen einer daraus sich ableitenden Sterblichkeit ist mehr als kritisch zu betrachten. Die Letalität einer Infektion bemisst sich aus dem Verhältnis von Infizierten zu Verstorbenen. Jedoch entspricht die hier zugrunde liegende Zahl eben nicht der Menge der Infizierten, sondern sie gibt exakt die Zahl der diagnostizierten Personen wieder. Die Gesamtzahl der Infizierten ist überhaupt nicht bekannt. Eine erste, leider sehr spät initiierte repräsentative Untersuchung in Heinsberg, einem der Hotspots der Infektion, deutet an, dass die Zahl der Infizierten wesentlich höher liegen könnte als bisher angenommen. Entsprechend dürfte die Letalität überschätzt worden sein. Von systematisch durchgeführten Obduktionen, die im Hinblick auf die Letalität für ein wenig mehr Klarheit hätten sorgen können, wurde bis vor kurzem leider abgesehen, von ihnen gar abgeraten. Aus dem Wunsch heraus, das Infektionsrisiko zu minimieren, ist diese Entscheidung des Robert-Koch-Instituts menschlich nachvollziehbar und sie wurde sicher in bester Absicht getroffen. Wissenschaftlich ist dieses Vorgehen nicht wirklich haltbar. eine hervorragende und gut ausgerüstete Pathologie verfügt. Erste Berichte der Pathologen bestätigen, dass mit SARS-CoV-2 zu sterben ganz und gar nicht bedeutet, an SARS-CoV-2 zu sterben. Aber erlauben Sie mir trotzdem an dieser Stelle eine Klarstellung. Bei der Infektion mit dem SARS-CoV-2 und der daraus sich bildenden Covid-19-Erkrankung haben wir es mit einer gefährlichen Infektion zu tun, die sich schnell verbreitet und die in der Regel bei einem begrenzten, risikobehafteten Bevölkerungsanteil schnell zu gefährlichen Lungenentzündungen und zum Tode führen kann. Es ist kein Relativieren dieser Aussage, wenn man sie, nicht nur sie, sondern auch die durch sie hervorgebrachten Zahlen, wissenschaftlich sauber zu betrachten und in einem größeren Zusammenhang zu stellen versucht, so gut es mit den vorhandenen Daten möglich ist. Berücksichtigend, was die Epidemiologen errechnen und würdigend, was die Kliniker berichten. Das Primat der Medizin, das wir zurzeit erleben, rettet Menschenleben und muss trotzdem gut begründet und die verabreichte Medizin sehr genau und immer wieder auf ihre Nebenwirkungen geprüft werden. Denn diese Krise ist mitnichten eine rein medizinische. Sie ist nicht zuletzt durch die festgesetzten Maßnahmen zugleich eine Krise der Ökonomie, des Gesundheitswesens, der individuellen Freiheitsrechte, des sozialen Zusammenlebens, der Medien und nicht zuletzt auch der Politik selbst. Jede wissenschaftliche Disziplin zeichnet sich zwangsläufig durch Einseitigkeit aus. Keine Einzeldisziplin kann unsere vielschichtige Lebenswirklichkeit auch nur im Ansatz einfangen, sondern jeweils nur einen Teilbereich ausleuchten. Ja, es ist natürlich die Aufgabe der Virologen zu sensibilisieren und uns zu warnen. Doch Wortwahl und antizipiertes Szenario sollten im Lichte der verfügbaren Daten mit Bedacht erfolgen. Umso schwieriger das Unterfangen, solange sich das verfügbare Datenmaterial als nicht ausreichend belastbar darstellt. Wenn wir davon ausgehen, die medizinische Ebene, wenn sie nur groß und bedrohlich genug ist, habe das Vorrecht, alles andere zu dominieren, sollten wir auch bedenken, dass alle anderen genannten Ebenen, wenn sie aufgrund der Nichtbeachtung entgleisen sollten, dramatische Auswirkungen am Ende auch auf die medizinische Ebene entfalten können. Ökonomie und Medizin antagonistisch zu denken, das eine moralisch aufzuladen und das andere vielleicht mit Kälte oder Egoismus gleichzusetzen, das wäre fatal. Ihre wechselseitige Abhängigkeit würde damit völlig negiert. Zeigen doch die unterschiedlichen Entwicklungen, dass die Infektionsgefahr und insbesondere die Höhe der Sterblichkeit infolge von Covid-19 sehr eng mit dem Niveau des gesellschaftlich-ökonomischen Standards sowie mit der Güte des Gesundheitswesens in den jeweiligen Ländern korreliert. Nach Max Frisch kann eine Krise auch als ein produktiver Zustand angesehen werden, wenn man es schafft, ihr den Beigeschmack der Katastrophe zu nehmen. Schauen wir uns, Max Frisch folgend, einige weitere wichtige Daten an. Diese Pandemie wird nach allen Daten, die uns heute zur Verfügung stehen, aufgrund der hohen Erkrankungszahlen bedauerlicherweise vielen Menschen das Leben nehmen, aber sicher zu keinem Massensterben führen. Immer mehr, insbesondere repräsentative Daten, deuten darauf, dass sich die Letalität von Covid-19 wohl auf dem Niveau einer schweren Influenza einpendeln wird. Dieses kann in Deutschland bis auf ungefähr 0,5 Prozent ansteigen. In Österreich waren es 2018 bei der letzten großen Influenzawelle dort 0,7 Prozent Sterblichkeit. Frühere Aussagen, ein Vergleich der beiden Erreger stelle eine Verharmlosung von Covid-19 dar, darf die Frage entgegengestellt werden, welches Szenario sich wohl gesellschaftlich abgespielt hätte, wenn die Medien auch 2018 ihr Brennglas auf die täglichen Todeszahlen gerichtet hätten. Innerhalb von knapp zehn Wochen starben allein in Deutschland nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts 25.100 Menschen im Rahmen einer schweren Influenzawelle. Es geht hier nicht um einen Wettstreit der Erreger. Es geht auch nicht um eine prinzipielle Gleichsetzung. Es geht um eine möglichst realistische Einordnung. Aber gut, auch hier wollen wir korrekt sein. Die Zahlen, die Sterblichkeit der beiden Erreger betreffend, werden tatsächlich unterschiedlich erhoben. Bei der Influenza wird die sogenannte Übersterblichkeit erfasst. Das heißt, man schaut, wie viele Menschen mehr sterben während der Grippesaison, verglichen mit der zur selben Jahreszeit normalerweise erwarteten Sterblichkeit. Bei SARS-CoV-2 dagegen schaut man sich direkt die Sterblichkeit bei gesicherten Infektionsfällen an. Das ist sehr wohl ein Unterschied, das muss man einfach sagen. Aber Vergleiche dürfen hinken, solange man um den Fußschaden weiß. Und so sei es noch einmal betont, und ich bitte zu verzeihen, wenn ich mich wiederhole, aber es ist enorm wichtig. Es gibt aktuell keine zuverlässigen Zahlen zur Sterblichkeit von Covid-19. Die Letalität hängt ab von der Gesamtzahl der Infizierten, die wir leider nicht kennen. Es bedarf zahlreicher stichprobenartiger Untersuchungen. Und hier hilft auch der Erregernachweis mittels der PCR-Methode uns einfach nicht weiter. Da bei Menschen, die die Infektion schon durchlaufen haben, keine Erreger mehr im Abstrich nachweisbar sind. Wir benötigen somit einen verlässlichen Antikörpernachweis. Das scheiterte bisher aber an der mangelnden Verlässlichkeit der verfügbaren Tests. Doch die Lage bessert sich. Die Studie in Heinsberg ist ein Anfang. Und Österreich hat ebenfalls gemeldet und angekündigt, solche Untersuchungen nun auf den Weg zu bringen. So wird sich hoffentlich bald zeigen, wie wir die bestehenden Zahlen einordnen dürfen. Länder wie Italien, die bisher extrem hohe Sterblichkeitsquoten kommunizierten, beginnen sehr wohl auch langsam nachzujustieren. Und gerade am Beispiel der italienischen Lombardei zeigt sich unsere Neigung, viele beobachtete Phänomene auf eine einzige Ursache zurückführen zu wollen. Risikofaktoren wie ein sehr hoher Altersdurchschnitt, wie ein hoher Grad an Luftverschmutzung, ein überfordertes Gesundheitssystem, Mikrobenbelastungen in den Kliniken. Es sterben zum Beispiel in Italien jährlich 11.000 Menschen an resistenten Krankenhauskeimen. Im Vergleich dazu 2.000 Tote in Deutschland und nur wenige hundert in Holland. Ferner ein Kollaps der Altenpflege im Folge des Lockdowns und viele weitere Faktoren. All das lässt eine monokausale Erklärung, wie die lokal hohe Sterblichkeit als wenig wahrscheinlich erscheinen. Auch dann nicht, wenn SARS-CoV-2 an diesen Orten sehr wohl unter Beweis gestellt hat, wie gnadenlos es die Vulnerabilitäten auszunutzen weiß. Stichwort Gesundheitssystem. Eine wichtige Sorge bestand bisher darin, bei massiver Anflutung schwerer Verläufe nicht genug Intensivbetten und somit Beatmungsplätze zur Verfügung zu haben. Auch hier zwingt uns das Virus, Routinen zu hinterfragen. Lungenfachärzte wiesen schon vor Wochen darauf hin, dass viele Covid-19-Patienten durch eine frühe Intubation einen ungünstigeren Verlauf zeigten. Es mehren sich die Hinweise, dass trotz stark erniedrigter Sauerstoffsättigung keine zusätzlichen Schäden an der Lunge durch invasive Beatmung gesetzt werden sollten. Eine Atemunterstützung wird mittels nicht-invasiver Methoden empfohlen, Masken oder Atemhelme, wo ein gewisser Überdruck erzeugt wird, um natürlich die Patienten in dieser Krise sehr wohl bei der Atemtätigkeit zu unterstützen. Ich betone, das ist nicht die offizielle Lärmeinung und es entspricht nicht den Leitlinien. Aber es wäre unwissenschaftlich, diese Erfahrungsberichte nicht zu analysieren, und nicht ernst zu nehmen. Die offiziell an Covid-19 verstorbenen Menschen waren in Italien, wie auch in den meisten anderen Ländern, im Schnitt 81 Jahre alt. In Deutschland liegt der Schnitt bei 83, in der Schweiz bei 84 Jahren. Ebenfalls in Italien untersucht zeigten nur 1% der Verstorbenen keine ernsthaften Vorerkrankungen. Es sind somit nicht nur, aber vor allem hochbetagte, schwerkranke, immunsupprimierte und multimorbide Patienten, für die das Virus eine lebensbedrohliche Gefahr darstellt und die es im Besonderen zu schützen gilt. Wie sieht es bei den jüngeren Erkrankten aus? Der sehr renommierte Stanford-Epidemiologe John Ionidis kommt in seiner neuen Studie zu dem Ergebnis, dass das Sterberisiko für Covid-19-Patienten, die unter 65 Jahre alt sind, selbst in globalen Hotspots dem Risiko eines tödlichen Autounfalls für tägliche Pendler entspricht. Entsprechend berichtet der Infektiologe Matthias Pletz vom Uniklinikum Jena, dass in Deutschland bis zu 50% der Infizierten keine und weitere über 30% nur leichte bis moderate Symptome zeigen. Andererseits steigt die Zahl der Menschen, die aufgrund der weltweit ergriffenen Maßnahmen an Arbeitslosigkeit, an materieller und regelrechter Existenznot, an psychischen Belastungen sowie an Missbrauch und häuslicher Gewalt dramatisch leiden. Es gilt den Blick nach allen Seiten offen zu halten. Der Schaden durch Covid-19-assoziierte vorzeitige Todesfälle ist beträchtlich. Und es bleibt natürlich festzuhalten, dass sehr wenige von sehr vielen immer noch recht viele sind. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist es nicht möglich, sicher abzuschätzen, ob durch eine weniger restriktive Handhabung der Krise und einer dann wohl rascheren Ausbreitung der Erkrankungen oder durch ein Hinauszögern der Ausbreitung mittels extremer Restriktionen mehr Leben gerettet werden können. Aber bei dieser Gegenüberstellung gilt es jedoch zu berücksichtigen, dass schwere ökonomische Krisen einen massiven Einfluss auf die Sterblichkeit weltweit haben. Biologen gehen davon aus, dass bei einer Durchseuchungsrate von 15 bis 20 Prozent die Ausbreitung nicht mehr so rasant verläuft wie zu Beginn. Also man muss nicht sozusagen fixiert sein auf die 70 Prozent Herdenimmunität. Schon bei 20 bis 25, 30 Prozent, man sagt schon ab 15, kann sich das Tempo der Ausbreitung sehr wohl verlangsamen. Die Pilotstudie in Heinsberg fand bei 15 Prozent der stichprobenartig untersuchten schon Antikörper vorliegen. Sie waren schon durchimmunisiert. Das gibt Anlass zu vorsichtiger Hoffnung. Die Herausforderungen durch die Corona-Krise sind neu und wir müssen uns wieder zu Bewusstsein bringen, dass der Umgang mit Unbestimmtheiten Teil des Lebens ist – mit oder ohne Corona. Ein offenes Ringen um den besten Weg, unterstützt von Leitmedien, die keine Gleichschaltung zulassen, ist Ausdruck einer lebendigen Demokratie. Und genau aus diesem Grunde kann und darf es auch in der Krise keine Diskursverbote geben. Das begründete Ausloten alternativer Strategien und Handlungsoptionen ist für Wissenschaft und Politik grundlegend. Entscheidungen und Maßnahmen entsprechend niemals alternativlos. Krisenhafte Zustände sind bedrohlich, da ihr Ausgang offen ist. Zugleich legen Krisen die Schwachstellen eines Systems offen. Die Debatte über den richtigen Umgang mit dem Virus ist auch eine Chance, eben diese Schwachstellen der und die Missstände in der Gesellschaft genauso ins Visier zu nehmen wie die beschädigte Diskussionskultur. Das böte eine Therapiechance, die weit über das Medizinische hinausginge. Anhaltungsgesellschaft sind bedrohlich, die hereinhalb des Schachtstönekern. Als es Consultwasser ist auch eine Angelegenheit schwer. Da geht es um ein wenig und eine Ärzte. Alleinhalb des Schachtstönen mit dem Virus ist ein wenig. Ihr folgt aus dem Virus zu leben. Vielen Dank.